Willkommen zu unserem ersten Release von Superoffice 9, einer neuen Generation von Superoffice CRM. Superoffice steht für Benutzerfreundlichkeit und so starten wir auch in die neue Generation mit einer aufgeräumten, modernisierten Benutzeroberfläche. Sowohl auf Ihrem PC als auch in der mobilen Version werden Ihnen die neue Farbpalette, die schärferen Bilder und klareren Formen und Symbole sofort auffallen. Das neue vereinfachte Design wird Ihnen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist eine gute Beziehung zu Ihren Kunden, Interessenten und Lieferanten. Sie finden neue Möglichkeiten, Ihre CRM-Daten zu organisieren und die Ansichten zu konfigurieren. Passen Sie einfach die einzelnen Archive nach Ihrem Bedarf an. Sie können die gewünschten Informationen ganz einfach filtern, gruppieren und ändern. Wir haben die Mini-Card zu einem Side-Panel vergrößert. Dadurch können Sie jetzt noch mehr Informationen auf einen Blick sehen. Es ist weiterhin möglich, dass Sie die Größe der einzelnen Bereiche anpassen, indem Sie ganz einfach durch Klicken und Ziehen den Arbeitsbereich auf die gewünschte Größe skalieren. Oder blenden Sie einfach das Navigationsmenü und das Side-Panel aus, um sich mehr Platz für die wichtigen Informationen zu verschaffen. Zu guter Letzt haben wir den Weg, wie Sie eine neue Firma, eine Aktivität, ein Dokument oder eine Selektion erstellen, verbessert. Der neue Dialog wurde erweitert und zur besseren Lesbarkeit in zwei Spalten unterteilt. Dies ist erst der Anfang. Viele weitere aufregende Funktionen werden schon bald folgen. Wenn Sie mehr über die neue Version oder die gesamte Generation von Superoffice 9 erfahren möchten, besuchen Sie uns gerne auf unserer Community-Website.